Hallo und herzlich willkommen zurück zur Let's Play Day of the Tentacle. So, Laverne hat wieder fleißig an ihren Fingernägeln gekaut, ich konnte sie ja noch nicht abgewöhnen. Wir schauen jetzt mal noch, wie weit wir kommen, bevor wir uns wieder in den Zwinger begeben und dann wieder aufs Klo gehen, damit wir wieder zur Toilette kommen. Sagen Sie, Leutnant, wie denken Sie wirklich über die Menschen? Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig. Obszön, faul, federlich. Wie das Zeug in deinen Augen, wenn du wach wirst. Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet. Wie? Das reicht, mein Sohn. Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschen-Sympathisanten bist. Jetzt, wo diese schreckliche Menschen-Show läuft, wimmelt es überall von Menschen-Liebhabern. Ich bin kein Menschen-Liebhaber, Sir. Das ist gut. Nun hör mir zu, ich habe da einen kleinen Plan. Okay, also, ja, grünen Tentakel ist ja wirklich auf unserer Seite. Vielleicht gibt es noch mehr, die mit uns sind. Moment, können wir hier selbst vor die Tür gehen? Warte! Menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen. Ich bringe dich zurück in den Zwinger. Ich wünschte, ich hätte eine Tentakelverkleidung. Ja, Tentakelverkleidung. Moment mal, wir haben jetzt ein Tentakel-Schema. Und wir haben eine Näherin. Doch, doch, da wird ein Schuh draus. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Was? Ich muss aufs Klo. So, dann gehen wir mal wirklich zum Klo. Ausnahmsweise. Weil wir haben eine Schneiderin. Vielleicht kann die auch Tentakel-Kostüme basteln. Okay, ich hab's weggespült. Und du spülst mal bitte noch das zurück. Zu wem habe ich denn das jetzt eigentlich gespült? Okay, sie konnte die Klobe rausnehmen. So geht das also auch mit dem Hirn und Hirn bringen. Dann kann sie vielleicht die Fackel runterholen. Äh, die Fackel. Die Fahne. Wow, guten Morgen. Mit dem, achso, den kleinen Pulli wollte ich versuchen, ob wir den dem Hamster anziehen können. Weil er jetzt da für Puppen ist. Benutze das da mit Hamster. Den braucht er nicht. Hm. Na gut, dann gib den da Wörn mal wieder zurück. Ah nee, das Tentakel-Zeugs muss ja zu Hause gehen. Der hat ja Zugriff auf die Schneiderin. Gehen wir mal gucken, ob da ein Schuh draus wird. Einmal hoch, der Herr. Nee, falsches Zimmer. Genau da. Hat der gesagt, wir sollen das einfach hinlegen. Ich dachte, sie schneidert uns das einfach. Stattdessen hat die USA jetzt einen Tentakel als Fahne. Ups. Okay. Ah. Lerwörn. Du hast die Grubel? Dann solltest du vielleicht an dein Tentakel-Kostüm drankommen. Können wir bitte mal vom Gassi gehen zurück? Hallo, Herr Tentakel-Typ. Es ist Zeit. Okay, dann ist uns jetzt wieder schlecht. Wir haben unsere Tage. Juhu, Mr. Tentakel-Guy. Was? Oh, mir ist schlecht. Schon wieder? Ja. Okay. Dann da rein und durch den Kamin. So, dann machen wir mal benutze das da mit Kurbelbox. Und dann... ...während wir ziehen oder so? Ja. So, das wird bestimmt ein Heidenspaß. Benutze Fahne. Sehr hübsch. Richtig hübsch. Hoffentlich reicht das, um als Tentakel durchzugehen. Können wir uns jetzt für Tentakel-Show, äh, also Menschen-Show anmelden? Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll. Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach drei Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakel-Kamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, äh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Boah! Das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Oh Gott, direkt schon ein Verehrer. Herzlichen Glückwunsch. Können wir uns jetzt hier weiter umsehen? Wir schauen mal, ob wir mit unseren menschlichen Kollegen quatschen können. Verrückte Person. Hallo, ich bin Laverne. Ich bin Studentin. Mein Name ist Harold. Ich bin ein Vollblut. Sieht aber gut aus, was du da trägst. Dankeschön. Mein Besitzer hat eine Menge dafür bezahlt. Er kauft mir alles, was ich will. Das klingt irgendwie falsch. Aber es ging hier um Haare, Lächeln und Lachen oder so irgendwas, ne? Müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten, Larion. Wo ist dein Besitzer? Er ist gerade nicht da. Aber er wäre, wenn er irgendwie könnte. Sein Bus ist in Pittsburgh liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest. Das ist meine erste Show. Alleine. Ist dein Haar naturblau? Natürlich. Wie süß. Es brauchte einige sehr teure Sitzungen in einem Salon. Den Haarwettbewerb habe ich in der Tasche. Ja, das mag sein. Worauf wartet ihr, äh, Jungs? Wir warten darauf, dass die Show beginnt. Worauf sonst? Wenn du einen Mensch hast, der teilnehmen soll, dann solltest du dich beeilen. Ist aber auch egal. Mein Besitzer sagt, ich werde gewinnen. Ich bin der schönste Mensch hier. Tja, dann viel Glück. Wer braucht Glück, wenn man schön ist? Warum haben wir mich gar nicht eingemeldet? Können wir den noch betrachten? Mensch, die Menschheit hat Fortschritte gemacht in den letzten 200 Jahren. Das war hoffentlich ironisch gemeint. Und was ist mit der, mit lächelnden Leute? Die beiden scheinen sich über etwas zu freuen. Ach, das sind zwei. Okay. Können wir mit denen reden? Hi. Schauen wir nicht. Er hat lächeln und lachen und Haare gesagt. Arbeiten wir noch dran. Können wir die Tür öffnen? Tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe strikte Anweisungen von Tentakel Nummer 1. Dem allmächtigen Alten. Dem großen Vater-Purpo-Tentakel. Niemanden an diese Uhr zu lassen. Aber ich habe Rechte. Ich bin ein Tentakel. Und ein attraktives dazu. Muss ich sagen. Aber niemand kommt in die Nähe dieser Uhr. Solange ich hier bin. Und solange ich nicht gerade ein paar flüchtige Menschen jage, bleibe ich auf diesem Fleck. Mist. Ihr habt den Mann gehört. Lauft. Du sprichst mit den falschen Leuten. Wir sind gerne hier. Wir sind Berühmtheiten. Ja. Ja, aber darunter müssen wir, um die Stromversorgung in Gang zu setzen. Da hatten wir schon das Kellerfenster gesehen. Bei unserer Toilette. Äh, habe ich im Hinterkopf. Können wir mit ihm noch quatschen? Hallo, ich bin Laverne. Laverne, wie? Komischer Name für ein Tentakel. Bist du zur Show hier? Ja, das stimmt. Nun, dann viel Glück. Da gibt es ein paar tolle Preise zu gewinnen. Der Hauptpreis ist ein Essen für zwei im Tentakel Club. Klingt sehr strebenswert. Schöne Uhr. Ja, das ist eine wertvolle Antiquität. Ich würde sie dir ja zeigen, aber ich muss im Moment darauf aufpassen. Niemand nährt sich ihr, solange ich hier bin. Ja, und daran arbeiten wir, dass das anders ist. Könnte ich bitte die Uhr anfassen? Tut mir leid. Nein, niemand berührt die Uhr, solange ich Dienst habe. Ist hier schon mal jemand entkommen? Einige versuchen es, aber ich bringe sie wieder zurück. Das ist meine Hauptaufgabe und ich nehme sie sehr ernst. Ich kriege sie immer, egal wie lange das dauert. Einmal habe ich einen sechs Tage lang gejagt. Es ging quer durch die Tele bis hoch auf die Berge, da im Westen. Du kannst dir nicht vorstellen, was ich essen musste, um zu überleben. Hm, ich fühle, ich fühle mit dir. Stücke deines eigenen Körpers? Gütiger Himmel. Bist du nicht neugierig, was hinter der Uhr ist? Nicht wirklich. Bewachen ist immer dasselbe. Egal, was zu bewachen ist. Tja, man sieht sich. Tja, vielleicht kann ich dir noch mehr meiner Geschichten erzählen. Hm, nee, lass mal grad. Aber mir kam da grad ne Idee. Wir haben hier ne Spielzeugmaus. Haben die Herrschaften vielleicht Angst vor ner Spielzeugmaus? Besser nicht. Und der andere Typ? Besser nicht. Hm, war jetzt so ne Idee. Können wir hier hoch? Hey, blödes Tentakel! Was? Wieso sagst du jetzt, hey, blödes Tentakel? Hm. Da ist die Eistruhe. Geschlossen. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee, was vielleicht grausam sein mag. Aber ich würd gerne den Hamster und die Mikrowelle irgendwie. Die Eistruhe gab's doch hier auch. Wir können keine Lebewesen verschicken. Können wir den Hamster so verschicken? Quasi konservieren. Tut mir leid, dass ich dir das antun muss. Aber es ist zum Wohl des ganzen Planeten. Genau, genau. Ist für einen guten Zweck. Ja, gut, mach das vielleicht mal noch zu. Können wir den jetzt hier abholen? Hm, sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Das geht. Das geht. Ich kann nicht. Wieso nicht? Oh Gott, der Arme. Die müssen wir bestimmt zuerst mal auftauen. Okay, Mikrowelle, Mikrowelle, wir kommen. Jetzt ist es legal, den Hamster. Das ist zu seinem Besten, den jetzt in die Mikrowelle zu packen, okay? Okay. Sagt ja. Äh, nee, nicht zum Zwinger, sondern durch... Genau, da war die Mikrowelle. Dann bitte auftauen, okay? Himmel, ich hoffe nicht, das Ding ist so primitiv wie die gefährlichen Mikros in meinem Jahrhundert. Diese Dinger können einen Hamster richtig munter machen. Ja, nimm ihn bitte wieder... Oh, oh. Nimm ihn raus, bitte. Da wir hören. Hallo. Ich kann nichts tun. Oh, Mann. Das war witzig, aber nur, weil dies das 22. Jahrhundert ist. Wisst ihr, Kinder, die dort, wo ich herkomme, Hamster in die Mikro stecken, werden ihren Eltern weggenommen und zur Adoption freigegeben. Zum Glück kann ich... Eins, dann wieder geladen, also... Ich wurde nicht von meinen Eltern getrennt. Okay, nasskalter Hamster, okay. Er sieht immer noch unterkühlt aus. Können wir ihm den Poli anziehen? Das sollte ihn aufwärmen. Oh, wie süß. So, hier war irgendwie was von wegen Spezies. Da stecke ich nichts rein. Da stecke ich nichts rein. Ich will wissen, was es damit aufsichert. Da stecke ich nichts rein. Eins war doch die Spezies hier einfüllen. Das Schild ist schwer zu lesen, aber ich denke, da steht was von einem Affen. Spezies hier entnehmen. Ah, ne, entnehmen. Und da gibt es nur noch den Öffner. Ich weiß nicht, was wir jetzt mit dem Hamster machen sollen, aber wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Dann gehen wir nochmal oben weitergucken. Wir haben den Hamster in die Mikrowelle gepackt. Und ich habe neben mein Fenster geklickt. Na, Wörn? Gehst du mal bitte? Dann schauen wir uns hier unten an. Die Zeitkörpsel. Ist da vielleicht jetzt Essig drin? Gucken. Es ist eine alte Dose. Da steht ein Schild. In Erinnerung an die Gründungsversammlung. Ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Menschenzähne. Das kann ich nicht nehmen. Weil? Vielleicht kann ich es öffnen. Ach so, okay. Moment, wir hatten mal einen Dosenöffner, oder? Oder, oder, oder? Nee, wir hatten keinen Dosenöffner. Kann man mit der Gabel irgendwie... Nee, du hattest einen Dosenöffner. Spül den mal zu Laverne. Ist da jetzt Essig drin? Essig. Essig. Chateau de Chapeau 1775. Mitnehmen. Und zu Hoagie spielen. Der hat den Auftrag. So, sonst hatten wir da, glaube ich, nichts reingepackt. Ist jetzt schon ein bisschen Frevel, aber egal. In Erinnerung an die Gründungsversammlung. Ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Ich dachte, wir hätten die Kapsel angeguckt. So, Porträt. Sieht wie ein Pudel aus, den ich mal kannte. Hm, dekorativ. Können wir den mitnehmen? Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Wer macht denn sowas? Habe ich im Hinterkopf zur Not mit dem Brecheisen oder so? Sieht bequem aus. Können wir das benutzen? Keine Zeit dafür. Okay. Kenne ich nicht. Okay. Dann nächste Tür. Das war das Museum. Oh Gott. Ein Museum der anderen Art. Können wir den mitnehmen? Nicht mein Geschmack. Meiner wäre es auch nicht, aber... Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Krono John anschließen. Ich könnte auf einen Sturm warten. Ich bin beunruhigt wegen dieser Menschenshow. Dem kann man auch die Story vom Pferd erzählen. Aber ich muss jetzt wirklich gehen. So, was gibt's hier noch? Lampe? Das ist der Typ aus der hawaiischen Polizistenshow. Ich glaube, das soll Elvis sein. Bequem. Können wir den benutzen? Keine Zeit zum Ausruhen. Ich versuche, die Welt zu retten. Hast ja recht, mein Mädel. Rollschuhe. Damit habe ich mich fast schon mal umgebracht. Ja, das Problem kenne ich. Im Rollschuhe. Cool. Wer hatte eine Lavalampe früher? Keine Chance. Das ist gefährlich. Ich habe den Dingern immer super gern zugeguckt. Das hat eine hypnotisierende Wirkung gehabt. Verlängerungsschnur. Ich habe dich gesehen. Sie ist schön, lang und stabil. Mitnehmen brauchen wir. Sehr schön. Abmarsch. Leutnant, ich möchte Sie etwas fragen. Es könnte Sie aufregen. Fragen Sie ruhig, Sir. Ich vertrag das schon. Ich habe einen starken Magen. Nerven aus Stahl. Därme wie Messing. Das reicht, Sohn. Das hier ist wichtig. Hat sich einer Ihrer Freunde in der letzten Zeit etwas komisch benommen? Sie meinen nicht schleimig und nicht glibberig? Genau. Komm näher. Ich habe kürzlich mal den Gedanken gehabt, dass Menschen versuchen, uns zu unterwandern. Nein. Obwohl sie eigentlich dämlich sind, können sie trickreich sein. Sie könnten verkleidet sein. Er leidet etwas unter Verfolgungswahn, oder? Total unberechtigterweise. Was steht da? F. Na gut, das kann man auch so lesen. Gültiger Himmel. Oh, shit. Du bist purpur, äh, ähm. Ja. Okay, er hält uns auf für den Tage. Äh, meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Ich habe bemerkt, dass du schimpfst. Er sagt, du kommst mir bekannt vor. Hm, meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Nein. Na klar, ich glaube fest an die Menschenrechte. Äh, lieber nicht. Also, ne? Ich finde Menschen einfach widerlich. Das ist der Geist. Ich arbeite nämlich an einer Methode, die Menschen ein für allemal loszuwerden. Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Mhm. Da sind wir aber trotzdem noch da. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Okay. Sag, du siehst irgendwie bekannt aus. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer. Der müssen die Jahre kamen. Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Entschuldige mich. Ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Wie kann er bloß so frei schweben? Keine Ahnung, warum der Globus schwebt. Wir haben doch gerade andere Probleme. Laut diesen Plänen beherrschen die Tentakel bereits große Teile der Welt. So, wie das hier aussieht, kann das auch wirklich so sein, mein Lieber. Ähm, was gibt's? Du störst meine Konzentration. Ja, wir gehen auch schon wieder. Wir schauen uns im Haus um. Möchtest du das? Hm, ich kann da... Nichts tun. Richt... was? Was da... Da stand irgendwas mit richterlicher Hochsicherheitszone. Hä? Ach, hier könnte die Show stattfinden, weil hier die Preise sind. Oh. Essen für zwei im Tentakel-Club. Mist. Nur für Tentakel. Ah. Da müssen wir vielleicht noch irgendwas triggern. Ja, genau. Gehe zu Wettbewerbsbereich. Kamen wir jetzt eigentlich von da hinten oder von der Treppe? Hm. Also ich glaube, hier startet später die Party. Was machen wir jetzt noch? Wir brauchen auf jeden Fall irgendwas, womit Laverne als Mensch den Wettbewerb gewinnen kann. Können wir uns das bitte nochmal anhören, was das alles war? Ja, es waren Haare, irgendwie lächeln und lachen oder irgendwas. Hallo, mein Hübscher. Wann fängt die Show an, mein nichtmenschlicher Freund? Sobald wir in der Halle genug Menschen mit Namensschildern haben. Also ich denke, wir brauchen irgendwie ein Gebiss, ein Lachen und Haare. Gebiss muss ich halt immer wieder an das Pferd denken. Oder halt an den, von den Regierungstypen. Weil das Pferd hat auf jeden Fall ein gigantisches Gebiss. Ich wollte ihm mal die klappernden Szene geben. Ich will nicht. Ich denke, wir müssen es irgendwie zum Einschlafen bringen, damit es sein Gebiss ins Glas legt. Aber wie machen wir das? Ah, den Essig wollten wir noch im Keller abgeben. Oh, und wir wollten die Pause. Bis gleich.